Applaus Verehrte Festgäste, wir können reinen Gewissens sagen, ein Schmutzfink ist auch nur ein Vogel und zwar ein Vogel, der hier seine Heimat hat und daher, meine Damen und Herren, vergessen Sie nicht, hier ist der Sitz des Heimatministeriums, unsere Heimatschmutzministerin ist die ideale Ansprachpartnerin für alle Belange in Sachen Nestbeschmutzung. Was ist Heimat, der Auftrag, treu so bleiben und zwar überall, nicht nur daheim. Gehen wir gemeinsam unseren Weg, unseren Schmutzschutzweg. Gratulazioni! Musik 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 Musik